Owen Kinnettel hat in den Notting Matters im Jahr 2001 sechs Doppelschlaufen vorgestellt. Das ist die erste davon, die verdunkelte doppelte Schlaufe. Ich finde ein sehr schöner Knoten, gut gezeichnet und wenn jemand eine Doppelschlaufe benötigt, durchaus eine Alternative, die verdunkelte Doppelschlaufe. Wir mitteln eine Leine oder legen in eine Leine eine Bucht, führen diese Bucht unter die beiden parallel laufenden Parten. Dann verdrehen wir diese Part einmal nach links, die andere Seite nach rechts. Dass wir praktisch dieses Bild haben. Beide Parten laufen über die und diese beiden jeweils unter dieser querlaufenden Part. Jetzt stecken wir dieses Auge von hinten durch dieses und ziehen das andere nach rechts. So, dass wir dieses Bild haben. Jetzt werden beide Parten, erstmal die linke, von unten durch dieses Auge gesteckt und von oben in dieses geführt. Und auch von oben durch dieses Auge gesteckt und auch von oben durch dieses Auge gesteckt. Jetzt ziehen wir den Knoten dicht, sortieren es ein bisschen und wir erhalten eine Doppelschlaufe. Wie gesagt, schönes Gesicht und Kinatal nannte sie verdunkelte Doppelschlaufe. Doppelschlaufe.